Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch über den Zustand der Welt. Es ist das erste Gespräch seit der Corona-Pause und wir sind alle total froh, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Und zu Gast ist heute die Präsidentin der Universität Limerick, Professor Dr. Kerstin May. Einen schönen guten Tag, schön Frau May, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns heute zu sprechen. Hallo Frau Fischer, ich bin sehr froh, dass ich bei Ihnen hier bin und ich freue mich auf unser Gespräch. Das ist schön. Wir können heute beim offenen Kanal miteinander sprechen. Das dauert ja immer ein bisschen, wenn wir hier sind. Dass Sie überhaupt hier sein können, liegt daran, dass Sie gerade mit einer Delegation Ihrer Universität hier an der Europa-Universität in Flensburg zu Gast sind. Das wiederum liegt daran, dass unsere beiden Universitäten sehr eng miteinander kooperieren und diese Kooperation auch ausbauen. Wir kooperieren schon beim Studierendenaustausch in den Bereichen Europawissenschaften, Nachhaltigkeit, Lehrerbildung, German-Irish Studies. Und wir sind auch oder unsere beiden Universitäten sind Mitglied in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe von Universitäten, die sich um Gelder der Europäischen Union bewirbt. Wir wollen als sogenannte europäische Universität gefördert werden. Über diese Gemeinsamkeiten werden wir heute sprechen, aber eben nicht nur über akademische Themen, sondern auch, weil wir haben es schon festgestellt, privat, akademisch, institutionell, politisch ist nie auseinanderzuhalten genau. Natürlich auch über Politik wollen wir reden, über die Bedeutung des Brexit für Irland, die besonderen deutsch-irischen Beziehungen. Und eben auch die Frage, was eigentlich so die Ränder oder die regionalen Zentren, die Peripherien da, wo unsere Universitäten liegen, was die für Europa bedeuten können. Das soll Thema sein, aber erstmal bin ich neugierig auf Sie. Es ist immer ein bisschen komisch, wenn man zuhören muss, wie jemand anders einen vorstellt. Ich tue es jetzt aber trotzdem mal kurz. Sie weisen nämlich drei Besonderheiten in Ihrer Position als Präsidentin der Universität Limerick auf. Sie sind zum einen eine Ostdeutsche, dann natürlich eine Deutsche in Limerick. Sie sind eine Frau und als solche sogar die allererste Frau auf dem Posten einer Unipräsidentin in der Geschichte Irlands überhaupt. Also Sie sind die erste Ostdeutsche und die erste Frau, also in vielerlei Hinsicht Pionierin. Und was ich über Sie in Erfahrung bringen konnte, Sie stammen aus Ostdeutschland, haben wir gerade gesagt, haben an der Humboldt-Universität Kunst und deutsche Sprache und Literatur studiert, auf Lehramt. Haben Sie mir gerade noch erzählt, Sie haben in Kunsttheorie und Ästhetik promoviert und sind dann über England nach Irland gekommen, wo Sie seit 2018 an der Universität von Limerick die Professur für visuelle Kunst innehaben. Forschungsschwerpunkte sind Kunst in umstrittenen Räumen und Identitätskonstruktionen unter dem Einfluss von Globalisierung, Migration und Digitalisierung. Sie sind seit 2020 Interimspräsidentin gewesen und im Oktober 2021 dann zur Präsidentin gewählt worden für sage und schreibe zehn Jahre, eine lange Amtszeit. Und ich finde Ihren Lebenslauf sehr spannend. Einmal natürlich, weil Sie so stark in einem anderen Land als Ihrem Herkunftsland in einer Institution Fuß gefasst haben. Das finde ich nicht selbstverständlich. Und dann irgendwie auch, weil Kunst sich ja oft kritisch mit Gesellschaft und Institutionen auseinandersetzt und Sie jetzt aber wiederum selber so einer Bildungsinstitution vorstehen. Und man könnte ja denken, dass da auch Spannungen draus entstehen. Die sind dann vielleicht fruchtbar für Ihre Rolle. Darüber können wir auch reden. Aber jetzt zu Beginn gleich erstmal die große Frage, die verbunden ist, wirklich mit einer Einladung vielleicht zu erzählen. Wie ist es denn gekommen, dass Sie als ostdeutsche Frau erst nach England gegangen sind und dann nach Irland? Also wie Sie schon gesagt haben, ich habe an der Humboldt-Universität studiert. Ich habe 1990 mein Doktorstudium abgeschlossen und hatte Glück, dass ich zu der Zeit an der Humboldt-Uni eine Stelle bekommen habe. Und dann fing der ganze Umbau des Universitäts oder des Hochschulwesens an. Und ich musste zweimal durch die Evaluierung als Ostdeutsche an der Humboldt-Universität, das heißt, wir mussten alle unsere Forschungsarbeiten einreichen. Wir mussten nachweisen, dass wir uns nicht zu Schulden haben kommen lassen in Hinsicht auf unsere Vergangenheit. Darf ich kurz nachfragen? Das heißt, ostdeutsche Wissenschaftler wurden dann nach der Wende evaluiert? Ja, es gab ein Gremium, das bestand aus überwiegend westdeutschen Wissenschaftlern. Und wir wurden dann alle evaluiert, ob unsere wissenschaftliche Arbeit den westdeutschen Standards entsprochen hat hinsichtlich der ideologischen Färbung oder Ausrichtung unserer Forschung. Aber es wurde eben auch die Persönlichkeit unter die Lupe genommen. Und da meine Vorgesetzte, meine Doktormutter negativ evaluiert worden ist, musste ich nochmal durch den Prozess. Und wir haben dann von 1990 an versucht, in Berlin an der Humboldt-Universität das Institut für Kunsterziehung umzubauen und sozusagen dritten Weg zu gehen, was aber nicht ging, weil gesagt worden ist, also sozusagen zu schauen, was es an guten Seiten im ostdeutschen System gab, was es an Vorteilen in der westdeutschen Hochschulbildung gab und das zusammenzufügen und etwas Neues zu kreieren. Aber die Geldgeber haben dann gesagt, nee, das sind die neuen Verordnungen, die müssen übernommen werden. Und damit war der Spielraum relativ begrenzt. Und dann ging es ja auch darum, dass es in Berlin vor allem, wo die Systeme relativ unvermittelt aufeinander gestoßen sind, Überlappungen gab und es zu viele Stellen im Hochschulbereich gab, die abgebaut werden mussten. Und dann ist der Bereich an der Humboldt-Universität aufgelöst worden. Es gab ein paar Stellen an der, damals der Hochschule der Bildenden Künste für Mitarbeiter der Abteilung. Und ich war zu dem Zeitpunkt dann schon in Großbritannien. Und zwar hatte ich mich über den deutschen akademischen Austauschdienst beworben, Deutsch als Fremdsprache an irischen beziehungsweise britischen Hochschulen zu vermitteln. Haben Sie das schon gemacht sozusagen? Ja, also ich war, 1990 habe ich sofort ein Stipendium in Anspruch genommen, bin nach Frankreich gegangen, um Französisch zu lernen. Also immersiv drei Wochen im Land und dann, 1991 gab es dann die Möglichkeit, sich über einen deutschen akademischen Austauschdienst auf Sprachstipendien für Doktoranden zu bewerben. Da ich eine Habilitationsstelle an der Humboldt-Uni hatte, habe ich mich dann darauf beworben, war dann in Manchester und dann kam ich zurück und eine Kollegin hat mir eine Anzeige vor die Nase gehalten, dass Lektoren für deutsche Sprache an irischen und britischen Hochschulen gesucht worden sind über den DAD. Und dann habe ich mich beworben als Außenseiterin, weil die Sprache in Kombination mit Politikwissenschaft, mit Wirtschaftswissenschaft, mit Recht gesucht wurden und ich hatte Kunst und dachte, naja, versuchen wir es mal. Und dann war ich aber erfolgreich und ich hatte als erste Wahl Irland angegeben, habe dann aber eine Stelle an der University of Warwick in Coventry bekommen und bin dann 1992 im September ausgereist und habe meine Stelle angetreten. Die Stellen waren auf fünf Jahre maximal befristet. Uns wurde gesagt, dass wenn man sich in Deutschland wieder eingliedern will, dass man nach spätestens drei Jahren zurückkehren soll, weil auf der einen Seite die Sprachsensibilität zurückgeht, auf der anderen Seite auch die Kontakte wegbrechen. Und für mich war nach zwei Jahren klar, dass es keinen Rückweg gibt. Also ich habe dann nochmal in Großbritannien erstmal die englische Sprache nochmal studiert, damit ich bessere Kenntnisse hatte, nicht nur am Sprechen, sondern auch am Schreiben. Und dann habe ich nochmal in Warwick European Cultural Policy and Administration studiert, weil ich eigentlich mir eine Laufbahn im kulturellen Bereich aufbauen wollte. Also ich wollte nicht unbedingt im akademischen Bereich bleiben. Und dann habe ich aber sehr schnell festgestellt, dass das relativ schwierig ist, zweimal mit dem Doktor und so weiter als überqualifiziert angesehen wurde. Und dann 1996 habe ich dann eine Stelle in meinem alten Bereich gekriegt als Lecture in Fine Art in Dundee. Erstmal eine Teilzeitstelle und habe dort den Grundkurs in Kunst und Designgeschichte neu aufgestellt. Und dann hat sich das so Stück für Stück ergeben, dass man sich dann entwickelt hat. Und dass ich eigentlich darauf gesetzt hatte, dass ich mein Leben in Großbritannien verbringen werde. Und dann kam der Brexit und für mich war sehr klar, wenn es zum Brexit kommt, dann verlasse ich das Land. Also da würde ich gleich nochmal nachhaken. Ich würde aber noch einmal verstehen, also habe ich das richtig so ein bisschen rausgehört, dass auch dieser ganze Prozess, das klingt ja wirklich auch ziemlich demütigend und arrogant, wie sozusagen dieser Prozess passiert ist. Also Sie sind sozusagen kommen von einer ostdeutschen Universität, werden evaluiert und haben Sie dann schon so gesagt, nee, ich will hier weg, ich habe keine Zukunft. Naja, es kam eine ganze Reihe von Faktoren zusammen. Auf der einen Seite war es ja für die Ostdeutschen relativ beschränkt, wo man hinreisen konnte. Und nachdem die Mauer gefallen war, gab es die Möglichkeiten eben ins westliche Ausland zu reisen, wo ich niemals hätte hinreisen können. Denn ich hatte einen Onkel in Westdeutschland, war nicht, keine Kinder und keine Abhängigkeiten und damit war der Spielraum begrenzt. Zweitens hätte ich die Stelle an der Universität, an der Humboldt-Universität nicht bekommen. Also in Ostdeutschland war es ja so, dass man, wenn man studiert hat, musste man sich verpflichten, dorthin zu gehen, wo er in der Staat hinschickt für zwei Jahre. Und das war also für Doktoranden nicht anders und ich sollte an eine pädagogische Hochschule und dann mich auf, über Habilitation da auf eine Professur vorbereiten und ich wollte nicht an eine pädagogische Hochschule. Und dann war die Frage, wo man, was man macht. Und ich hatte mich auf etliche Stellen beworben im kulturellen Bereich und nie Antworten gekriegt und so weiter. Und dann, wie gesagt, hatte ich Glück, dass die Stelle an der Humboldt-Universität frei wurde, weil jemand anders einen Kuratorenposten gekriegt hat und dann habe ich die Stelle angenommen als wissenschaftliche Assistentin und, was war es, geschäftsführende Assistentin des Direktors, der Direktorin der Abteilung Kunsterziehung und ich habe unterrichtet und Verwaltungsarbeit dort mitgemacht. Und es war dann aber auch eine Habilitationsstelle, hatte dann nochmal sechs Jahre und ich wollte eigentlich nicht, ich bin zur Schule gegangen, habe das Abitur gemacht, habe studiert und ich wollte eigentlich was anderes machen, die Welt sehen und so weiter. Und dann haben sich die Möglichkeiten halt ergeben. Und dann war eigentlich England, wenn ich es richtig höre, ein tolles Land für Sie. Sie haben sich da wohlgefühlt, das hat gut funktioniert und dann kam aber der Brexit. Naja, eher England, England hatte sich dann ergeben. Dann habe ich auch eine Familie gegründet und mein Sohn wurde in Schottland dann geboren. Und naja, damit war dann relativ klar, dass es erstmal Großbritannien ist. Und dann rückte der Brexit näher und dann habe ich schon überlegt, was macht man noch nicht. Und meine Beziehung zu der Zeit, also meine Ehe war dann, ist auseinandergegangen und ich habe mit jemand anders zusammengelegt, einen Engländer. Und wir waren uns also einig, beim Brexit sind wir beide weg. Und dann habe ich geguckt. Mein Sohn war zum Glück so weit schulmäßig entwickelt, dass er kurz vorm Abitur stand in der Zeit, sodass dann auch ein Weggehen leichter möglich war. Und dann hatte ich geguckt und ich hatte mich in Hongkong beworben und hatte da auch, glaube ich, Aussichten, eine Stelle zu kriegen. Und Limerick, die Universität, hatte mir sehr gut gefallen, weil die ähnliche Werte hatte als die University of Westminster, wo ich zuletzt als Dekanin und Pro-Rektorin gearbeitet hatte. Ja, und dann war ich zum Vorstellungsgespräch für eine Vizepräsidentin für Academic Affairs and Student Engagement. Und man hat mir dann die Stelle angeboten und dann habe ich gesagt, ja, die nehme ich und habe Hongkong sozusagen, bin gar nicht erst zum Interview gegangen. Also rückblickend zum Glück. Ja, und dann sind wir 2018 im April, zum 1. April nach Irland gezogen. Also sozusagen Brexit-Flüchtlinge. Ja, also wirklich. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hört sich vielleicht albern an, aber so in der Vorbereitung des Brexits hat sich die Stimmung in England sehr verändert. Also ich habe ja in Coventry angefangen und Coventry ist ja sehr stark von den Deutschen bombardiert worden. Und mir ist dort nie irgendeine Unfreundlichkeit oder so passiert in den vier Jahren, in denen ich in Coventry war. Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden. Aber am Vorabend des Brexits war die Stimmung in London, wo ich dann gearbeitet habe, sehr viel aggressiver, sodass man auch gar nicht mehr unbedingt auf Deutsch oder so in der U-Bahn sprechen wollte. Und so, weil die Leute doch komisch angeguckt haben oder angemacht haben. Es gab ja auch relativ starke Propaganda gegen die Europäische Union und so weiter in den Boulevardblättern. Also man konnte wirklich sehen, dass die Stimmung gekippt ist. Und das fand ich schon sehr bedenklich. Das ist, ich meine, Ihre Universität ist stark in den Europawissenschaften. Das ist bestimmt von Vorteil, wenn Sie sowas miterlebt haben. Also wie sozusagen populistische Parolen Menschen auch verführen. In England geht es nicht besser seit dem Austritt aus der Europäischen Union. Aber ich wollte da nochmal fragen, weil wir kommen jetzt darauf, dass Sie ja Präsidentin dann in Limerick geworden sind. Und ich habe einen Aufsatz über Sie gefunden oder ein Porträt. Und da stand drin, seit Beginn der akademischen Lehre in Irland haben 428 Jahre lang ausschließlich Männer die Universitäten geleitet. Bis 2020. Dann kamen nämlich Sie und wurden im September 2020 die allererste Uni-Präsidentin oder ich glaube es heißt Direktorin bei Ihnen. Nee, Präsidentin ist richtig. Und da frage ich mich schon, wie kam es dazu? Sie sind ja relativ frisch da gewesen, waren Professorin, dann Vizepräsidentin und dann ganz schnell ins Präsidentenamt und dann als Frau, als Deutsche. Naja, also ich bin als Vizepräsidentin für akademische Angelegenheiten und Student Engagement eingestellt worden. Und habe mich also um die akademischen Angelegenheiten der Universität gekümmert. Das Internationale gehörte dazu, die studentischen, also die Serviceangebote, die Bibliothek, unsere kooperative Ausbildung, Internationales. Also es war ein sehr breites Portfolio und dann kam Covid. Und ich hatte sozusagen die Leitung inne, unsere Maßnahmen, wie wir die Lehre digital umstellen, dort in meiner Verantwortung. Und dann ist unser damaliger Präsident relativ frühzeitig in Rente gegangen aufgrund von Covid. Und dann ging es darum, wer übernimmt die Leitung. Es gab eine Ausschreibung, eine öffentliche Ausschreibung und ich habe dann die Übergangsleitung erhalten. Und dann gab es eine Ausschreibung für das zehnjährige Präsidentenamt, eine internationale. Und dann habe ich mich halt dort durchgesetzt als erste Präsidentin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Bewerbung oder so habe ich mir das nicht durch den Kopf gehen lassen, dass ich die erste Frau sein würde, weil mich dieser Erwartungsdruck zu sehr belastet hätte. Und dann zehn Jahre? Haben Sie da mal gezuckt? Das ist ja schon echt eine lange Zeit. Naja, natürlich ist zehn Jahre eine lange Zeit. Aber auf der anderen Seite, wenn man wirklich was verändern will, das kann man nicht in drei Jahren oder in fünf Jahren machen. Da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Und ich hoffe, dass ich nicht so institutionalisiert werde, dass ich dann nur noch eine Last oder ein Hindernis bin am Ende meiner Tätigkeit. Die Frage, die ich mir gestellt habe, also Sie haben sich durchgesetzt, aber was war das größte Hindernis bei Ihrer Wahl? Ihre deutsche Herkunft, Ihre Zeit in England, wenn Sie in Irland sind, ich weiß nicht, wie kritisch die auf die Engländer gucken oder ihr Frau sein oder nichts davon? Ich glaube, gar nichts davon. Ich glaube, das ging wirklich darum, wer die überzeugenden Konzepte hatte und wem der Vorstand vertraut hat, sozusagen die Konzepte in die Realität umzusetzen. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt eine Rolle gespielt hat, dass ich eine Frau war. Das hat eine Rolle sicherlich gespielt dann für die Übergangspräsidentenschaft, aufgrund dessen ich ja die erste Frau in Irland war. Und nach mir sind ja dann jetzt also fünf andere Frauen gekommen. Das ging also relativ schnell innerhalb von zwei Jahren, dass sich die Verhältnisse verändert haben. Und es ging auch darum, wem zugetraut wurde, das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen. Denn eine Präsidentschaft ist nie eine One-Woman-Show, sondern das ist ein kollektives Unterfangen. Und Sie sind ja auch die erste Ostdeutsche. Also es gibt nicht viele Ostdeutsche, die Universitäten leiten. Und Sie haben mir gesagt, Sie waren die allererste ostdeutsche Person, sage ich jetzt mal, die eine Universität geleitet hat. Nach all dem, was Sie vorher erlebt haben, wie ist das für Sie? Also wenn ich mir anschaue, dass ich halt 1991, glaube ich war das, eben zweimal durch diese Evaluierung gegangen bin und es doch, glaube ich, Vorbehalte gab an der Ausbildung der ostdeutschen Wissenschaftler. Jedenfalls war es meine Wahrnehmung, zu der Zeit auch in den Chancen, die man hatte, sich an anderen Institutionen zu bewerben und dort Stellen zu bekommen. Dann ist das eine nachträgliche, was sagt man, Validierung sozusagen, ja. Sie haben es gerade gesagt, mittlerweile haben sechs von 13 Universitäten Frauen in den Chefetagen. Und da habe ich mich dann schon gefragt, hat Ihr Beispiel Schule gemacht? Haben sie sich untereinander vernetzt? Oder werden in Irland mittlerweile einfach die Hochschulleitungen entsprechend der diverseren Bevölkerung, diverseren Studierendenschaft entsprechend besetzt? Was ist es, dass jetzt innerhalb von kurzer Zeit so viele Frauen in Hochschulleitungen gekommen sind? Also wie gesagt, die Präsidentenstellen werden ja auf zehn Jahre besetzt. Und man muss einfach sehen, dass sich Irland als Gesellschaft in den letzten zehn Jahren unheimlich verändert hat. Also von einem sehr konservativen Land ist es doch unheimlich progressiv geworden, was zum Beispiel gleichgeschlechtliche Heirat betrifft. Die Abtreibung wurde durchgesetzt und ich glaube, dass die verstärkte, dass Frauen verstärkte Führungspositionen übernehmen, hat auch was damit zu tun, dass eben die Diversität in der Gesellschaft stärker berücksichtigt worden ist. Und in Irland hat ein sehr gutes Bildungssystem, das heißt, die Menschen, Männer und Frauen sind sehr gut ausgebildet. Aber es lag doch daran, dass eben die Gleichberechtigung auch per Gesetz durchgesetzt werden muss. Und das dauert seine Zeit und ich glaube, das hat auch damit zu tun. Irland hat ja schon in den 90er Jahren die erste Präsidentin gehabt und ich habe die letzte Woche kennenlernt, da entfällt mir der Name. Ich habe Ihren Namen vergessen, das tut mir leid. Nicht Macaulies, Macaulies war die zweite, sondern wir müssen mal nachtragen. Und insofern gab es ja einige Rollenmodelle schon und ich glaube, dass so nach und nach, glaube ich, mehr Frauen in Leitungspositionen kommen. Das heißt, man muss es aber auch aktiv fördern, indem man erstens eine distributive Führung, was sagt man, mein Deutsch ist ein bisschen schlecht geworden, also Distributed Leadership sozusagen aktiv durchsetzt. Sodass man Führung auf den unterschiedlichen Ebenen einsetzt und flachere Organisationsstrukturen schafft, Verantwortung übergibt und Mitgestaltungsmöglichkeiten einräumt, sodass dann im Prinzip auch die Nachfolge für dieses Senior Management in ihrer Diversität gewährleistet ist. Und da ist noch viel Arbeit zu tun. Aber es ist lustig, weil ich wollte Sie jetzt eigentlich fragen, in Deutschland liegt die Quote weiblicher Führungskräfte an staatlichen Hochschulen bei rund 25 Prozent. Ich habe es jetzt extra nochmal nachgesucht. Das heißt, im Unterschied zu Ihren Studierenden sind die deutschen Hochschulleitungen weiterhin sehr homogen und ich wollte Sie gerade fragen, haben Sie eine Ahnung, woran es liegt? Es scheint mir, dass Sie schon ein bisschen eine Antwort gegeben haben in diesem ersten Hinblick, was man alles tun muss, damit Frauen erfolgreich sind. Oder haben Sie nochmal einen besonderen Blick auf Deutschland? Also ich denke, dass das Hochschulwesen anders ist. Der Mittelbau in den irischen Hochschulen ist sehr viel stärker ausgeprägt. Das erinnert mich so ein bisschen auch ans ostdeutsche Hochschulwesen. Und ich glaube, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Großbritannien als auch Irland eher Richtung Osten geguckt haben, also in Großbritannien ganz bewusst unter der damaligen Leberregierung im Aufbau des Hochschulwesens. Dadurch hat man natürlich einen größeren Talentpool sozusagen und dann hat man, glaube ich, auch mehr jetzt investiert in die Ausbildung von Führungskräften. Also es ist schon ein wichtiges Thema bei uns und auch, um Frauen zu bestärken, Verantwortung zu übernehmen und bewusst auch zu fördern. Nicht unbedingt über Quoten, obwohl ich auch denke, dass Quoten angebracht sind, wo man eben überhaupt keine Bewegung hat. Und Irland hat sich geöffnet von einem Emigrationsland zu einem Immigrationsland. Und diese größere Diversität macht sich jetzt natürlich auch an den Hochschulen bemerkbar und wird auch noch in Zukunft weiter die Landschaft verändern. Die ja sehr homogen war, auch im Sinne der Ethnizität. Und sorgt das nicht für sozusagen Privilegien, Behaltungskämpfe und Abwehrkämpfe derjenigen, die die Privilegien bisher hatten? Naja, das gibt es dazu. Damit muss man sich auseinandersetzen und man muss eben schauen, dass man die richtigen Prozesse und Praktiken durchsetzt, um sozusagen Diversität zu fördern. Ich sage nicht, dass es einfach ist und man muss sich das auch jederzeit wieder bewusst machen, dass man da nicht mit Blindheit rangeht und bestätigte Paradigmen und so weiter einfach akzeptiert. Also wir haben jetzt leider nicht so viel Zeit, darüber zu sprechen, weil wir noch andere Themen haben. Aber es scheint, dass, ich würde sagen, ein neues Feld der Kooperation der beiden Universitäten da ist. Also da kann vielleicht die Uni Flensburg dann noch einiges von Ihnen lernen. Ich habe jetzt nochmal eine Frage zu Beginn, also nochmal eine Frage zu Ihrer Person, auch als Präsidentin. Ich habe ja die Vermutung geäußert, dass es sozusagen zwischen einer gewissen Spannung sozusagen in der akademischen Heimat der Kunst geben könnte und Ihrem Posten jetzt als Präsidentin, weil Kunst sich sozusagen gegen Institutionen auch kritisch stellt und Sie jetzt einer Institution vorstehen. Habe ich da recht oder ist das totaler Unsinn oder gibt es irgendwas dazwischen? Also ich denke schon, dass Kunst ein Vermögen hat, sich kritisch mit Institutionen auseinanderzusetzen, hat sie auch unter Beweis gestellt. Aber ich glaube, dass diese Wahrnehmung eigentlich sehr wichtig ist, um sicherzustellen, dass sich Institutionen auch weiter verändern. Wir sind ja in solch einem bewegten Spannungsraum im Moment zwischen wissenschaftlich-technischem Fortschritt auf der einen Seite zwischen der Verknappung unserer Ressourcen, der Klimakrise, den Kriegen. Das hängt ja alles miteinander auch zusammen, dass man einfach auch sehen muss, was macht es mit Bildung, was macht es mit Hochschulbildung, wie müssen sich Institutionen verändern, um die Gegenwartsthemen, um aktiv in die Gegenwartsthemen einzugreifen. Und ich glaube, dass da ein kritischer Blick vonnöten ist und was die Kunst natürlich auch sehr geprägt hat, es war ja immer ein Begegnungsraum, wo unterschiedliche Wissens- oder Episteme, Praktiken oder Arbeitsweisen, Werte und so weiter aufeinander gestoßen sind und verhandelt worden sind. Und dieses Aushandeln, glaube ich, ist auch in so einem institutiellen Rahmen wichtig. Und wenn ich ehrlich bin, dann sehe ich die Leitung einer Institution eher als einen kreativen Prozess, also ähnlich wie man ein Kunstwerk schafft, weil man ja ständig in Formen und Miteinanderwirken ist. Mit der Materialität, mit den Menschen, mit den Strukturen, mit den Inhalten. Also ich sehe es als extrem kreativen Prozess. So ein bisschen wie die Dirigenten-Metapher. Genau. Ja, also Facilitator würde ich das eher als Führungskraft. Ich würde jetzt gerne mal vom Persönlichen, also wir haben ja schon das Institutionelle gestreift und deshalb doch mehr auf die Institutionen kommen und dann zum Politischen. Ich habe festgestellt, auch als ich das Interview geschrieben habe oder die Fragen mir überlegt habe, das kann man eben alles gar nicht trennen. Das heißt, wir beandern uns da jetzt so ein bisschen durch. Aber ich habe ja von Anfang an gesagt, die University of Limerick kooperiert sehr eng mit der Europa-Universität Flensburg. Sie sind einer unserer strategischen Partner. Deshalb die Frage, können Sie uns ein Porträt geben der Universität? Können Sie uns die Universität Limerick mal vorstellen mit ihren Besonderheiten? Ja, sehr gerne. Also die Vorgängerinstitution, the National Institute of Higher Education, wurde 1972 ins Leben gerufen. Die kam zustande, weil die Menschen in Limerick über Jahrzehnte darum gekämpft haben, dass der mittlere Westen, wie das heißt, der Midwest in Irland, eine Universität erhält. Das war die erste Universität, die nach der irischen Unabhängigkeit gegründet wurde. Und 72 ist insofern auch ein markantes Datum, weil 72, Irland hat 72 den Beitrittsvertrag zur Vorgängerorganisation der Europäischen Union unterschrieben und ist dann 73 beigetreten. Und in diesem Sinne ist Limerick also auch als europäische Universität gegründet worden. Wir hatten fünf Studiengänge zu Beginn und European Studies war eins von den fünf Studiengängen neben Applied Science und Elektronik und anderen. Und die Universität wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um technische und technologische Ausbildung für diese Region sicherzustellen, weil das auch eine Region war, wo Produktion eine große Rolle gespielt hat neben der Landwirtschaft. Und über die Jahre, also über die 50 Jahre hat sich die Universität Limerick in eine Volluniversität entwickelt. Wir haben vier Fakultäten, Geistes- und Sozialwissenschaften, die Bildungs- und Gesundheitswissenschaften, unsere Business School und die Natur- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät. Wir haben 18.000 Studenten, über 18.000 Studenten, um die 2.000 Mitarbeiter. Und wir sind also immer noch sehr europäisch in unserer Orientierung. Wir haben das größte Erasmus-Programm von ganz Irland. Erasmus ist das europäische Austauschprogramm. Das ist das europäische Austauschprogramm. Und wir waren die erste Universität, die Cooperative Education eingeführt hat. Das heißt, alle unsere Bachelor-Studenten gehen für sechs bis acht Monate in die Industrie, im weitesten Sinne, sowohl in der Region als auch in Irland oder international, zum Teil eben auch über Erasmus. Ganz gleich, was sie studieren? Ganz gleich, was sie studieren, ob sie Geisteswissenschaften oder Ingenieurwesen studieren. Alle machen dieses Praktikum und es ist insofern wichtig, weil sie dort natürlich bestimmte transversale Kompetenzen ausbilden, die für ihre Persönlichkeitsentwicklung als auch für ihr Arbeitsleben in der Zukunft wichtig sind. Und es geht nicht darum, dort Fachwissen zu vermitteln, sondern eben eher dieses weitere, den Fähigkeitsbereich zu erweitern. Und nehmen die das alle gut an? Die meisten Studenten nehmen das sehr gut an und das hat auch damit zu tun, dass wir nachweislich die höchste Employability unserer Absolventen haben. Beziehungen geknüpft und sie erlernen halt diese Fähigkeiten, die sie brauchen. Und viele Unternehmen, gerade in der Region, wissen dann schon, welche Koop-Studenten sie nehmen wollen. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Zahl von, was sagt man, Conversion. Naja, also von Menschen, die dann in den Unternehmen. Ja, genau. Die zurückgehen zur Uni, die schließen ihr Studium ab und gehen dann in die Unternehmen. Also Sie haben es ja schon gesagt, 18.000 Studierende, eine Volluniversität, das heißt, man kann auch Jura und Medizin bei ihnen studieren. Das sind schon mal Unterschiede zu uns. Wir haben 6.000 Studierende und sind keine Volluniversität. Aber ansonsten sind unsere Universitäten, glaube ich, recht ähnlich. Sie hatten es ja heute auch schon mal mit unserem Präsidenten kurz angesprochen. Beide recht jung. Also Universität Flensburg 46 gegründet, sie 72. Beide wahrscheinlich eher als progressiv zu bezeichnen. Beide stark in den Europawissenschaften, sie sozusagen qua Geburt, sage ich mal. Auch in der Lehrerbildung und in der Nachhaltigkeit. Gibt es darüber hinaus Parallelen aus Ihrer Sicht? Oder habe ich die damit eigentlich so überwiegend benannt? Also ich glaube, ein ganz wichtiges Kriterium ist noch das Service Learning, was wir im Englischen als Praktikum bezeichnen. Das heißt, viele unserer Studiengänge in den Rechtswissenschaften, in den Geistes- und Sozialwissenschaften haben Module, wo die Studenten in den Communities sozusagen Projekte entwickeln mit den Communities und so weiter. Also wir nennen das auch Engaged Learning, also Service Learning. Und sie einen direkten sozialen Impact sozusagen haben, aber auch den Kontext, in dem sie studieren und vielleicht auch später arbeiten werden, sehr viel unmittelbarer kennenlernen. Und das ist für unsere internationalen Studenten auch sehr wichtig, die begeisterte Praktikumsteilnehmer sind. Die kommen dann aus Indien oder China und gehen dann in Limerick in eine Kommune? Auch unsere Erasmus-Austauschstudenten, die aus Europa, aus verschiedenen europäischen Ländern kommen, nehmen gerne an diesem Praktikum teil, weil sie dadurch eben auch die Stadt und die Umgebung besser verstehen lernen. Sie knüpfen Freundschaften und Kontakte, die über das Studium hinaus bestehen bleiben. Also es scheint mir so, ist das zusätzlich zu dem Einsemester? Nee, es ist im Studiengang eingebaut und es wird dann belegt durch Dokumentation, Prozessdokumentation, durch Videos und so weiter. Also wir haben da relativ kreative Studiennachweise eingeführt. Toll, also innovativ und ein sehr starker, wie sagt man heute, Transfer. Also sozusagen diese Beziehung der Universität zu der Gesellschaft um sie herum oder eigentlich in ihr drin. Dass die sehr stark gefördert werden. Ich denke, wir haben als Universität eine ganz starke Verantwortung für unsere soziale Umgebung sozusagen. Und nicht nur, um den Zugang zur Hochschulbildung zu fördern, was wir auch verstärkt tun durch Fördermaßnahmen. Wir haben schon nicht nur im Sekundarschulbereich, sondern wir fangen in der Grundschulbereich an mit einer Academy for Children. Und das setzt sich dann fort in bestimmten Programmen, wo wir Schüler und ihre Eltern in die Universität einladen, Themenwochen veranstalten und so weiter, um sozusagen die sozialen Barrieren zu verringern und Talent zu fördern, wo es existiert und nicht nur dort, wo man sich das leisten kann, zu studieren. Das ist wichtig und es ist wichtig für uns, dass wir also auch unsere Forschung so ausrichten, dass sie einen Impact hat. Und ob das jetzt in der Geisteswissenschaften ist oder in der Medizin oder den Gesundheitswissenschaften, dort wird auch sehr viel mit den Patienten zum Beispiel in den Gesundheitswissenschaften, Public Patient Involvement. Also die sind dann sozusagen Gestalter auch des Forschungsprojekts. Also die Kommunen sind nicht nur die Serviceempfänger oder die Impactempfänger, sondern sie sind Mitgestalter des Lernens und der Forschung. Der Austausch steht in beide Richtungen. Genau, also dieser Wissensaustausch, glaube ich, dass der beidseitig ist, ist für uns sehr wichtig. Es ist nicht nur einseitig und wir sagen euch jetzt, wo es lang geht. Ja, so wird Transfer ja manchmal noch verstanden, so ein bisschen von oben herab. Also wir haben das auch ersetzt, den Begriff Knowledge Transfer mit Knowledge Exchange. Super. Aber es klingt, als seien Sie dann auch sehr stark in der Region verankert. Also ich stelle mir vor, dass die Menschen in der Region dann auch mit der Universität identifiziert sind. Also stelle ich mir vor. Ist das vielleicht für Sie eine schwierige Frage? Nee, es ist überhaupt keine schwierige Frage. Es ist völlig richtig. Wir sind einer der größten Arbeitgeber in der Region. Wir haben eine sehr eng verbundene Mitarbeitergemeinschaft. Also auch wenn unsere Mitarbeiter in Rente gehen, sind sie weiterhin in der Universität stark verbunden. Wir haben unsere Alumni, sagt man das auf Deutsch so? Alumni. Alumni, genau, mit denen wir gut Kontakt haben. Und wir sind sehr stark in der Region verankert. Und wir glauben, wir sind auch sehr wichtig für die Region. Und die Region ist wichtig für uns. Jetzt würde ich mal, nachdem wir sozusagen die Uni mal vorgestellt haben, ich bin jetzt ein bisschen neidisch, zu den Inhalten der Kooperation mit der EUF kommen. Wir haben ja gerade gesagt, beide Universitäten sind stark in Lehrerbildung, Europawissenschaften und Nachhaltigkeit. Und ich würde erstmal sozusagen, ich würde jetzt mal gerne abgehen und erstmal das ganze Thema Nachhaltigkeit. Bei uns ist es so, wir haben ja den Studiengang Transformationswissenschaften, der sich mit der sozialökologischen, mit den sozialökologischen Krisen unserer Gegenwart beschäftigt. Dann haben wir das Norbert Elias Center for Transformation Design and Research, was eben in dem Bereich Forschungen hat. Wir haben aber auch jenseits dessen natürlich diese Energie- und Umweltmanagement. Also wir haben sozusagen auf der technologischen Seite auch in der Kooperation mit der Hochschule Flensburg, muss man sagen, viel. Und dann kommen sozusagen so Transformationswissenschaften zusammen. Und es soll an der Uni Flensburg ja jetzt auch ein drittes Forschungszentrum entstehen, weil man eben sagt, wir haben Bildung, Europa und Transformation ist auch ein wahnsinnig wichtiges Zukunftsthema. Wie ist das bei Ihnen und wo sehen Sie da Kooperationsbedarf, Möglichkeiten? Also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich denke, dass Flensburg, die Europa-Universität Flensburg sehr positive Impulse setzt, eben mit dem Studiengang, mit dem Norbert Elias Zentrum für Transformationsdesign und dort doch schon eine Vorreiterrolle hat. Wir sind auch auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit eine ganze Weile schon tätig, was auf der einen Seite unsere Forschung betrifft. Im Bernal-Institut in den Naturwissenschaften und Ingenieurwesen geht unsere Forschung sehr stark in Richtung Energie, also Batterie, Alternative, Treibstoffe für Flugzeuge und neue Materialien, um zum Beispiel Windturbinen zu bauen, wo man die Flügel umlegen kann, weil den größten Platz, den man braucht, ist der Platz für die Konstruktion von den Windturbinen, weil die Flügel so lang sind und wenn man die falten kann, braucht man weniger Platz und so weiter und so fort. Da gibt es also und außerdem sind neue Materialien bieten oft Möglichkeiten, die sind leichter und widerstandsfähiger oder da gibt es Möglichkeiten und wir haben auch einen Studiengang in Umweltwissenschaften, aber ich glaube, dass es da sehr intensive Möglichkeiten sowohl der Lehre als auch des Forschungsaustausches gibt und wir haben jetzt unseren Rahmenplan für Nachhaltigkeit bis 2030 entwickelt und ich bin besonders froh darüber, dass es eigentlich eine Initiative war, die sich vom Grund auf entwickelt hat, wo über 70 Mitarbeiter aus verschiedensten Bereichen, sowohl von unserem Buildings and Estates Management bis hin zu unseren Energiewissenschaftlern und so weiter zusammengekommen sind und beschrieben haben, wie wir oder Projekte identifiziert haben, wie wir nicht nur unsere Lehrinhalte weiterentwickeln, unsere Forschung weiterentwickeln, sondern wie wir uns auch als Organisation weiterentwickeln, zu einer nachhaltigen und dann weiterführend einer regenerativen Organisation entwickeln können und meine Hoffnung ist dadurch, dass die Mitarbeiter so viel Wissen, Energie in die Entwicklung dieses Rahmenplans gesetzt haben, dass wenn wir die Ressourcen aufbringen, dass wir das auch umsetzen können, weil eben die Passion, die Leidenschaft eine große Antriebskraft in der ganzen Sache ist. Ne, das glaube ich auch und ich glaube, viele Menschen wollen das ja auch. Man muss halt die Hindernisse abbauen, die sie daran hindern, nachhaltige Lebensformen oder Mobilitätsformen zu wählen. Nein, das ist aber natürlich schwierig. Und ich glaube, wo ich große Möglichkeiten des Austauschs und der Zusammenarbeit sehe, ist eben auch hinsichtlich der Anwendung in verschiedenen Kontexten. Also man muss ja immer kontextspezifisch operieren und einen Austausch zwischen unseren Universitäten sensibilisiert eben auch für den Kontext, in dem Entscheidungen getroffen werden, Maßnahmen implementiert werden. Dass man unterschiedliche Rechts- und Gesellschaftssysteme mal erlebt hat. Das und auch ganz örtliche unterschiedliche Bedingungen erlebt hat, ja. Dann würde ich vom Bereich der Nachhaltigkeit auch gerne nochmal zum Bereich der Lehrerbildung zu kommen. Das deutsche System der Lehrkräftebildung, das habe ich hier an der Universität gelernt, ist ziemlich speziell. Also es ist föderal organisiert, 16 Bundesländer machen ihr Ding, verpflichten zwei Fächer, dazu die Pädagogik und dann noch die verschiedenen Phasen der Lehrerbildung. Also es gibt die universitäre Phase, dann gibt es das Referendariat, die Weiterbildung. Da frage ich mich, wie viel Freude macht Ihnen Kooperation in der Lehrkräftebildung mit Deutschland? Also ich glaube, dass die Kooperation sehr wichtig ist. Wir haben ein ähnlich komplexes System. Ich glaube, wir können da viel voneinander lernen und ich denke, für unsere Lehramtsstudenten ist es sehr wichtig, dass sie auch den internationalen Austausch haben. Denn ich glaube, dass viele Inhalte und viele Ansätze, didaktische Ansätze und so weiter, dass es da sehr viel Verbindendes gibt und nicht nur nur Trendes gibt oder bürokratische Systeme, in denen man eingebunden ist. Und ich denke, dass wir voneinander auch lernen können und dadurch also unsere Systeme auch zukünftig weiter formen können. Wie wichtig ist die Internationalisierung der Lehrkräftebildung aus Ihrer Sicht? Also ich meine, wenn man sich jetzt Europa anschaut, beziehungsweise die globale Situation ist, der Fokus, glaube ich, muss der Fokus auf Werden liegen. Und insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man Möglichkeiten schafft, Wertvorstellungen auszubilden und dass man erlebt, nicht nur theoretisch lernt, sondern erlebt, wie wichtig zum Beispiel kulturelle Differenz ist. Und dass man also, dass Differenz und Anderssein nicht Ausschluss bedeutet, sondern eine Einladung zu schauen, was uns denn verbindet. Und das muss man durch, glaube ich, ein aktives Erleben mitnehmen. Das kann man nicht nur theoretisch lernen. Und so die Begegnung mit unterschiedlichen kulturellen Kontexten, auch unterschiedlichen Perspektiven und Wertevorstellungen trägt, glaube ich, dazu bei, Toleranz und Akzeptanz auszubilden. Ich glaube, in dieser Zeit der Polarisierung der populistischen Ideen ist es unheimlich wichtig, dass man also die Horizonte erweitert und dass man die Angst vor dem Anderen auch nimmt. Denn wir sind alle Menschen und haben, glaube ich, das Menschliche ist das auch, wodurch wir verbunden sind, was aber auch immer wieder neu definiert werden muss. Gerade wo hinsichtlich des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes ja die Frage gestellt wird, ja, was macht eigentlich die Menschen aus und wie entwickelt sich die Menschheit weiter? Also, ich glaube, diese Verständigungsprozesse sind wichtig und die müssen halt durch aktives Erleben befördert werden. Und insofern ist es auch für die Lehrerausbildung wichtig, diese Sensibilisierung, die kulturelle Sensibilisierung, die Sensibilisierung für Werte, für Gerechtigkeit, für Inklusion auszubilden und immer wieder auch zu hinterfragen und neu zu definieren. Das kann man nicht einfach als gegeben nehmen. Und wir sehen ja, wie wichtig das ist, dass man also die Demokratie tagtäglich erneuert, stärkt und verteidigt. Und da haben Lehrkräfte natürlich auch eine wichtige Rolle stehen. Bildung, Lehrkräfte, Bildung, also ohne Bildung können diese Prozesse nicht in Gang gesetzt werden und nicht fortgesetzt werden. Und ich finde es interessant, dass Sie auch nochmal sagen, man muss das erleben. Ich war gerade bei einem Seminar bei uns. Es gibt hier in Schleswig-Holstein ein, ich habe auch gelernt, weltweit einzigartiges Projekt. Das sind sechs Menschen mit Behinderungen, die geschult worden sind zu sogenannten Bildungsfachkräften und jetzt auch als Dozierende an der Uni auftreten. Und dann eben mit einem Asperger-Syndrom, eine Frau habe ich dort erlebt und einen Mann mit einer Lernbehinderung. Und dann sagte die Professorin auch, die hat gesagt, ich kann zehn Vorlesungen erhalten, aber das, was die Studierenden hier in diesem einen Seminar lernen, dass nämlich da Menschen sitzen und ihnen erzählen, wie es war in der Förderschule. Und die plötzlich erleben, wie es ist, wenn jemand eben nicht anerkannt wird, wenn jemand langsamer ist als andere und darauf wird keine Rücksicht genommen. Und das ist vielleicht auch etwas, was mit ihrer Ausbildung in der Kunst zusammenhängt, dass man so ein Gefühl hat, man muss die Dinge erleben. Ich denke manchmal, viel in unserem Bildungssystem läuft über PowerPoint und theoretisches Lernen. Ich halte das für falsch. Ich glaube, man muss viel mehr erleben. Dem würde ich völlig zustimmen. Und wir bemühen uns in Nimmerik ganz stark, also dieses aktive Lernen, dieses erlebnisbetonte Lernen mit einzubringen, als Teil unseres problemorientierten oder challenge-driven Lernansatzes zu nehmen. Genau aus dem Grund, es heißt nicht, dass man theoriefeindlich ist, sondern dass man also die Theorie mit diesem aktiven Lernen im Prinzip in enge Berührung bringt. Von der Lehrkräftebildung kommen wir zu einem weiteren Thema. Das sind dann jetzt die Europawissenschaften. Und ich wollte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wollte aber dennoch kann man sagen, dass der europäische Integrationsprozess im Moment, ich sage es mal vorsichtig, ins Stocken geraten sein könnte. Dass Finanzkrise, Migration, Brexit, zunehmender Rechtspopulismus, Sie haben es auch gerade schon erwähnt, Europa insgesamt fragiler machen. Und da frage ich mich schon, die Diskussion habe ich auch hin und wieder mit unseren europawissenschaftlichen Lehrenden. Wie sollten denn die europawissenschaftlichen Studiengänge auf diese Krise ihres, ich sage es jetzt mal Studienobjekts, also die beschäftigen sich ja mit der europäischen Integration, die jetzt zum Teil eine europäische Desintegration ist. Wie sollten die Studiengänge darauf reagieren? Naja, man muss sich natürlich angucken, was europäische Integration meint. Die europäische Integration hat sich ja vor allem im Bereich der Wirtschaft, im Bereich des grenzüberschreitenden Verkehrs, das zum Teil auch in der Rechtsprechung ereignet, aber sie hat nicht die Menschen mitgenommen. Und Habermas hat ja sehr viel darüber geschrieben und ich glaube, es geht in den European Studies darum, dass man verstärkt, und Limerick macht es nebenbei gesagt, also die kulturelle Ebene einbringt und die Werteebene einbringt und schaut, was verbindet uns als Europäer, was ist unsere Wertegrundlage. Daneben aber auch sagt, und wo sind die Unterschiede. Und dass man also diese Unterschiede neben dem Verbindenden auch als Reichtum sozusagen feiert und darüber sehr viel mehr weiß und das verbinde ich mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man also das andere nicht als Gefahr und Bedrohung sieht, sondern als Möglichkeit sozusagen das eigene auch besser zu verstehen und als eine Bereicherung. Und ich denke, diese Integration, also die Integration auf der menschlichen Ebene, auf der kulturellen und auf der sozialen Ebene muss weiter betrieben werden. Und das Erasmus-Programm, das Austauschprogramm für Studierende und auch für Mitarbeiter ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Bestandteil, wie auch die europäischen Studien, die sich eben, denke ich, über den systemischen Ansatz, also den vergleichenden Ansatz weiter mit der gelebten Realität in Europa auseinandersetzen muss. Das habe ich, also ich habe es schon verstanden, was Sie gesagt haben, aber nicht ganz konkret. Also was bedeutet das tatsächlich für das Studien, also ich kann nicht mal sagen, was ich verstanden habe. Ich würde sagen, okay, ich kann jetzt die europäische Integration, ich weiß jetzt, was der Europäische Rat ist und so weiter, aber ich mache auch mehr Auslandssemester. Nein, das meinte ich gar nicht, sondern dass man zum Beispiel den Ansatz der Kulturstudien nimmt als Ansatz, als dominanten Ansatz in den European Studies, dass man sozusagen sich die kulturellen Traditionen, die kulturellen Entwicklungen anschaut und sieht, wie geschichtlich, wie sich im Prinzip Europa und die Idee von Europa geformt hat. Und die hat sich ja auf künstlerischer Ebene, auf intellektueller Ebene sehr stark ausgebildet. Und ich denke, das ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und das muss man wieder, glaube ich, mehr betonen. Auch in den Studieninhalten? In den Studieninhalten, ja, ja. Das geht nicht nur um die Austauschsemester, die sind schon wichtig, aber ich glaube, die Studieninhalte, dort ist die Ideengeschichte, das Zusammenwachsen oder der Austausch der Ideen und das mögliche Zusammenwachsen, glaube ich, eine bedeutsame Dimension. An unserer Universität wird die EU oftmals sehr emphatisch als Friedensprojekt verstanden. Da sind wir nicht alleine mit natürlich. Es gibt allerdings auch bei uns an der Uni Forderungen von Studierenden oder Lehrenden manchmal nach Critical European Studies. Es gibt ja auch genug Anlass zur Kritik an der Europäischen Union. Und da habe ich mich gefragt, wie Sie das jetzt eben aus der Perspektive Irlands jetzt mal betrachten. Ich meine, aus Irland haben Sie den Konflikt sozusagen zwischen Republikanern, also katholischen Republikanern, die eine Wiedervereinigung mit dem Rest der Insel wollen. Sie haben die protestantischen Loyalistinnen, die atmen schon tief, ich sage es noch zu Ende, die dem Vereinigten Königreich ja bisher bis zum Brexit irgendwie die Treue hielten. Und dazwischen stelle ich mir jetzt vor, mit Brexit und so weiter gibt es vielleicht nochmal einen ganz eigenen irischen Blick auf die EU. Also erst mal würde ich denken, dass die irische Situation, wenn man das mal so bezeichnet, komplexer ist. Nicht jeder Katholik ist auch ein Republikaner und nicht jeder Protestant ist auch ein Vertreter der Monarchie. Sie haben jetzt tief geahntet, weil das einfach zu plakativ war. Das ist zu plakativ und was interessant ist, in den letzten Umfragen in Nordirland, wo es ja jetzt im Moment eine katholische Mehrheit gibt, hat man sich ja sehr zurückhaltend ausgedrückt, was die Vereinigung Irlands betrifft. Also das spricht, glaube ich, Bände momentan. Die Frage war jetzt aber, um nochmal darauf zurückzuholen. Der irische Blick auf das Projekt Europa. Also ich glaube, dass durch den Brexit Irland in eine ganz neue Rolle gekommen ist. Vorher hat ja Irland in Tandem mit Großbritannien viele Entwicklungen in der europäischen Gemeinschaft mitgeformt. Und jetzt ist Irland sozusagen in die Rolle gekommen, sehr viel stärker die diplomatischen Beziehungen zu aktivieren und eine sehr proaktivere Rolle in der europäischen Union zu spielen. Ich denke, das Bewusstsein für Europa war in der Republik relativ stark ausgeprägt. Irland hat ja auch signifikante strukturelle Hilfen gekriegt von der Europäischen Union. Aber dieses Bemühen des aktiven Einflussnehmens und Forms ist, glaube ich, durch den Brexit belebt worden. Hinzu kommt natürlich auch, dass die Handelsbeziehungen sich verändert haben. Denn vor Brexit war ja Großbritannien sozusagen der Umschlagplatz für Irland. Das hat sich ja jetzt verändert aufgrund der neuen Konstellation. Und da gibt es viele neue Möglichkeiten auch für Irland, da eine Rolle als Logistikpartner, als Wirtschaftspartner zu spielen. Und ich glaube, dass das sehr offen exploriert und angenommen wird. Also ist der Brexit eine Chance? Absolut. Und wir sind, also die Irren betonen ja immer, dass sie das einzige englisch sprechende Land in der Europäischen Union sind. Und insofern auch eine Studiendestination sind für, ich glaube, für europäische Austauschpartner war Irland schon immer ein guter Partner. Auch weil in Irland es sozusagen, dass das erwidert worden ist. Also wir schicken genauso viele Studenten ins europäische Ausland, als zu uns kommt. Das war in Großbritannien nie der Fall. Das war also immer ein sehr ungleiches Gewicht, weil wir Schwierigkeiten hatten, dort die englischen Studenten ins europäische Ausland zu schicken. Auch, weil der Fremdsprachenunterricht an den Schulen so fragmentiert war, sodass die Studenten also mangelndes Selbstbewusstsein hatten, dort zurechtzukommen in einer fremdsprachigen Umgebung. Wir bemerken das ja, ich meine, die USA waren unter Trump natürlich besonders schwierig. Sie sind jetzt immer noch vielleicht ein schwieriges Land, um dort jemanden hinzuschicken. Oder die Situation ist auf jeden Fall sehr unsicher und der Brexit macht es schwierig. Und da ist natürlich Irland einfach ein total attraktives Land, um hinzukommen. Es ist attraktiv. Ich meine, was man wissen muss über Irland ist, dass Irland sehr viel höhere Studiengebühren haben. Unsere Studenten zahlen im Bachelorstudiengang 3000 Euro pro Jahr. Das ist also der Beitrag der Studierenden, der eingeführt worden ist nach der Wirtschaftskrise 2010. Den müssen ausländische Studierende auch zahlen? Den müssen Studierende aus dem europäischen Ausland auch zahlen. Und das macht natürlich einen ziemlichen Unterschied zu den Studiengebühren, die zum Beispiel in Deutschland zu zahlen sind. Und das ist eine Schwierigkeit, die wir auch aushandeln müssen, wenn wir jetzt gemeinsame Studiengänge aufbauen wollen und so. Ein Thema, das mit dem Brexit ja irgendwie auch verbunden ist, sind die deutsch-irischen Beziehungen. Das scheint ja dann doch, ich habe irgendwann mal schon lange her das irische Tagebuch von Herrn Wöll natürlich gelesen. Aber ich habe jetzt nochmal, ich war auf der Webseite des Auswärtigen Amts. Und da steht tatsächlich, dass insbesondere vor dem Hintergrund des EU-Austritts Großbritannien besteht auf beiden Seiten der Wunsch, die irisch-deutschen Beziehungen zukünftig weiter auszubauen und zu vertiefen. Es gibt einen Aktionsplan, der 2021 vertieft wurde. Und da werden auch die kulturellen Beziehungen natürlich nochmal erwähnt, in denen die Hochschulpartnerschaften eine ganz besondere Rolle spielen. Sie haben ein Center for German-Irish Studies an Ihrer Universität. Wir planen an der EUF ein Center for Irish Studies. Hier arbeiten unsere beiden Universitäten auch schon eng zusammen. Und da wäre jetzt meine Frage, jetzt sind Sie auch noch Deutsche. Das ist natürlich perfekt sozusagen. Wie wichtig sind die deutsch-irischen Beziehungen aus Ihrer Sicht für beide Länder? Ich weiß nicht, ob man jetzt nochmal vor dem Hintergrund des Brexit, ob man das nochmal mit in die Komplexität der Frage reinnehmen muss. Oder sind diese Beziehungen so besonders und was für eine Rolle spielen? Also ich glaube, dass die Beziehungen sehr wichtig sind. Die Beziehungen gibt es sehr lange. Also wenn man sich anguckt, 1709 gab es ja die Einladung, dass die Pfälzer sozusagen nach Großbritannien und dann auch nach Irland kommen können. Und ich glaube, 3000 Pfälzer sind damals nach Irland emigriert. 1000 sind geblieben, auch dort, wo ich wohne. Gibt es noch die Überreste der Pfälzischen Besiedelung. Die sind aufgrund der Gefahr von Frankreich und der sehr harten Lebensumstände damals ausgewandert, auch in andere Teile von, was jetzt Deutschland ist. Dann haben wir ja gesehen, dass eine ganze Reihe von hochrangigen Wissenschaftlern im Dritten Reich über Großbritannien nach Irland auch emigriert worden sind. Und Böll hat natürlich einiges dazu beigetragen mit dem irischen Tagebuch, das ich auch gelesen habe in jungen Jahren. Und über das ich auch meine vielleicht sehr romantische Sicht auf Irland geformt habe, eine Rolle spielt. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir auch immer wieder eine ganze Reihe von Deutschen Irland aufgesucht als Alternative zu einem Leben entfernt von der atomaren Bedrohung, aber auch zum Aufbau von alternativen, nachhaltigeren Lebensweisen. Und ich denke, dass es da eine ganze Reihe an kulturellen Austausch, der historisch gewachsen ist, gibt, auf den man aufbauen kann. Und unsere Irish-German-Studies und die Irish-Studies jetzt in Flensburg, denke ich, die werden dazu beitragen, diese Beziehung auch weiter und sehr dezidiert zu vertiefen und den kulturellen Reichtum auch zu feiern und den Austausch weiter zu befördern. Und ich glaube, das leistet schon einen wichtigen Beitrag zur Verständigung in Europa. Und ich glaube, die Verständigung, das habe ich vielleicht vorhin nicht deutlich genug gesagt, leistet einen entscheidenden Beitrag, um dieses Friedensprojekt, was ich auch als das europäische Projekt sehen würde, voranzutreiben. Ich habe auch heute im Gespräch mit der Leiterin des German-Irish-Studies-Centers bei Ihnen gelernt, dass es auch sehr viele, also dass Sie auch German-Studies haben mit sehr vielen Studierenden, dass es durchaus offenbar attraktiv ist, in Irland Deutsch zu lernen. Und das ist halt der Unterschied zu Großbritannien, dass es in Irland eine sehr viel stärkere Förderung an Fremdsprachen gibt. Und Deutsch, Französisch und Spanisch sind eben die Fremdsprachen, die an den Schulen gelehrt werden. Und weiter, sodass dort auch die Grundlagen gelegt sind, dass man dann in der Tertian-Bildung sozusagen Sprache weiter erlernt. Und wenn die Grundlagen schon nicht da sind, weil man es in der Schule, weil man in der Schule keine Möglichkeiten hatte, sich eine Sprache systematisch anzueignen, sondern vielleicht mal da ein bisschen Französisch, da ein bisschen Deutsch und so weiter, dann hat man auch keine großen Anreize oder ermutigt man die Studenten auch nicht, Sprachen weiterzulernen. Und wir sehen es halt als wichtiges kulturelles Gut, Sprachen zu fördern, auch für diejenigen, die jetzt nicht die Sprache als Teil ihres Studiengangs haben. Wir bieten Sprachen an, für alle Studenten neben ihrem Studiengang noch zu erlernen oder weiterzulernen. Ich hatte gerade im Kopf sozusagen die Erklärung, als ich mir überlegt habe, warum machen das die Engländer nicht und dachte dann, na klar, die sprechen ja Englisch, bis mir dann einfiel, dass sie natürlich auch Englisch sprechen. Herr Land und ich also völlig falsch gedacht habe. Insofern ist die Frage, warum fördern Sie sozusagen als Englisch sprechendes Land, das ja sozusagen mit der Lingua Franka unterwegs ist, die Fremdsprachen stärker als Großbritannien? Gibt es eine Erklärung? Aber ich glaube, da muss man wirklich noch genau auf den irischen Kontext schauen. An den Grundschulen wird Irisch gelehrt. Das setzt man auch bis zum Abitur fort. Man kann sich fragen, wie effektiv das ist, aber die Kinder wachsen also mit zwei Sprachen auf, ihrer offiziellen Muttersprache und dem Englischen. Und ich glaube, dass eben dort also auch erstmal so ein, sagt man, Confidence, ein Vertrauen in das Vermögen der Sprache zu lernen, aber auch Sprache als kulturelle Bereicherung zu verstehen, weil man doch sein Denken durch, in, über die Sprache zum Ausdruck bringt. Und da sehe ich schon erheblichen Unterschied, dass dadurch auch die Bereitschaft vorhanden ist, Sprachen weiterzulernen. Und dann muss ich sagen, und das hat eben auch was zu tun mit der Ausrichtung der Universitäten, mit unserem Erasmus-Programm, mit der Corporative Education, wo eben ein Praktikum im Ausland oder ein Austausch im Ausland ist ein integraler Bestandteil unseres Programmes. Und die Studenten wählen deshalb auch die Programme ganz bewusst aus, weil sie natürlich sich auch darauf vorbereiten, in einer globalisierten Welt zu arbeiten, wo man in unterschiedlichen kulturellen Kontexten arbeitet und wo man nicht unbedingt nur mit der Lingua Franca, mit Englisch weiterkommt, sondern auch ein diffizileres Verständnis für diese, für die Umgebung, in der man arbeitet und lebt, sich entwickelt über Zugang zur Sprache. Scheint dann aber, ich will es gar nicht zu sehr ausbreiten, aber es ist ja dann interessant, dass das in England nicht der Fall ist. Auch die leben ja in der globalisierten Welt und müssen in unterschiedlichen Kontexten arbeiten, auch wenn sie Englisch können. Ja, aber ich glaube, da hat die Geschichte Großbritanniens als Imperium sozusagen ein ganz anderes Bewusstsein befördert als das Bewusstsein in Irland als ehemalige Kolonie des britischen Imperiums. Ich glaube, das muss man auch aus diesem Kontext heraus sehen. Ja, das ist interessant. Und auch dieses Verhältnis zur Europäischen Union jetzt. Ich denke, das hat ganz viel mit der Geschichte zu tun. Wir kommen jetzt zu so einem letzten Fragenblock. Unsere beiden Universitäten sind Teil eines Konsortiums, einer Gruppe von Hochschulen. Die Universität Limerick leitet diese Gruppe, bei der sich, ich bin mir nicht sicher, es sind jetzt acht oder neun Hochschulen. Ich glaube, es ist eine mehr dazugekommen. Wir lassen es mal. Also eine, die bewerben sich um eine EU-Förderung als europäische Universität. Das ist eine Gruppe von Hochschulen, die wollen gemeinsam gefördert werden. Diese Förderung gibt es seit ein paar Jahren. Und das gemeinsame Vorhaben unserer beiden Universitäten heißt Emerge. Und die Abkürzung steht, ich muss es mir unbedingt aufschreiben, für European Margins Engaging for Regional and Global Empowerment. Zu deutsch, in etwa europäische Randlagen engagieren sich für die Stärkung der regionalen und globalen Handlungsfähigkeit. Die These dahinter, alle Universitäten, die sich in diesem Konsortium, in dieser Allianz bewerben, sind geografisch in einer besonderen Lage, irgendwo in einer, ich sag mal, Randlage, in einer Peripherie. Da ist jetzt die Frage, die Theorie dahinter in diesem Konsortium ist auch ein bisschen, dass man sagt, von diesen regionalen Lagen, von diesen Peripherien, können besondere Impulse für Gesamteuropa ausgehen. Wie sehen Sie das? Also ich denke, das ist sehr wichtig. Das sind alles Universitäten, wie Sie schon gesagt haben, die sich in regionalen Zentren befinden, die eine ganz wichtige Rolle spielen, sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Region, durch die Entwicklung von Talent für die soziale Entwicklung in Hinblick auf Arbeit mit Community, Zugang zur Hochschulbildung und so weiter, aber auch kulturell die Regionen stark bereichern. Und ich meine, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie globale Probleme gelöst werden. Globale Probleme werden immer gelöst, indem man spezifisch lokale Ansätze entwickelt und Probleme löst. Und ähnlich sehen wir das auch an dem Konsortium, dass wir also aus unserem spezifischen Kontexten heraus Arbeitsweisen, Lösungsansätze entwickeln, die wir miteinander teilen können und testen können und abwandeln können für unsere konkreten Bereiche. Und ich denke, dass man von unseren, zum Beispiel über das Praktikum, über das wir vorhin schon gesprochen haben, oder Service Learning, wie es ja in Deutsch heißt, über den kulturellen Austausch, aber auch über die Förderung von Zugang zur Hochschulbildung, über European Pathways in der Ausbildung, uns gegenseitig stärken können, in unseren unterschiedlichen Regionen unsere Rolle zu spielen, aber auch als Konsortium in Europa diesen Verbund zu stärken. Da würde ich aber einmal nachfragen, also das könnte ja im Prinzip das, was Sie jetzt gesagt haben, könnten ja, da könnte das Konsortium ja aus Universitäten bestehen, egal wo die jetzt sind, dass die sich in einem Verbund stärken, da könnte ich ja auch Madrid, Rom, Berlin und also es scheint ja doch eine Besonderheit zu sein, dass wir alle in diesen peripheren Randlagen, also jetzt eine Doppelung. Ja, weil wir, also wir teilen zum Beispiel ähnlich infrastrukturelle Probleme im Sinne von Remote Areas, Transport zu den Universitäten. Da können wir was von erzählen. Wir haben nicht dieses Riesenhinterland zum Beispiel, wir sehen das im Moment in Irland ganz stark, was die Unterbringung von Studenten betrifft und als Campus-Universität heißt es, wir müssen uns jetzt teilweise auch umstellen und eine Pendler-Universität werden, was ein ganz anderes, eine ganz andere Lern- und Studienerfahrung mit sich bringt. Andere Universitäten kämpfen darum, die haben mehrere Campusse in der Region, sehen aber, dass zunehmend junge Menschen in die großen urbanen Zentren ziehen und müssen also sich damit auseinandersetzen, wie sie ihre Campusse operieren können und wie sie attraktiv sind für die, die in der Region bleiben beziehungsweise andere Leute in die Region reinbringen. Und wir sind natürlich als Ausbildende-Einrichtung eine wesentliche Kraft, die sozusagen sicherstellt, dass wir Absolventen hervorbringen, die dann zum Beispiel in die Unternehmen, die sich ansiedeln wollen, gehen können, und dort auch Leitungsfunktionen ausführen können. Und gerade, und da kommen wir zur Nachhaltigkeit zurück, ich meine, was wir alle haben, ist, wir haben einen Mangel an Arbeitskräften, die im Bereich der Nachhaltigkeit arbeiten können. Und wir können also zusammen auch Studiengänge aufbauen in diesem Bereich, um sozusagen die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern, die wir brauchen, um nachhaltige Konzepte durchzusetzen. Also ich denke, da spielen wir schon für unsere jeweiligen Regionen eine wichtige Rolle. Und es ist anders, als wenn man jetzt sich mit einer Universität in einer Hauptstadt zusammentut, wo es eine ganz andere Infrastruktur und ganz andere Probleme gibt. Ich habe jetzt noch mal eine allerletzte Frage an Sie, die so ein bisschen an den Anfang zurückgeht, weil Sie ja gesagt haben, Sie sind für zehn Jahre als Präsidentin einer Universität gewählt worden, 2021. Das heißt, Sie haben jetzt das erste Jahr noch nicht mehr. Ja, das erste Jahr ist vor, genau. Neun Jahre noch vor sich. Wenn Sie darüber nachdenken, vor welchen Herausforderungen, ich sage jetzt mal europäische Universitäten, nicht unbedingt Universitäten in Randlagen, sondern aber auch nicht Universitäten in der ganzen Welt. Aber wenn wir jetzt auf Europa gucken, was würden Sie sagen, was müssen Sie in den nächsten zehn Jahren bis zum Ende Ihrer Amtszeit an Problemen im besten Fall bewältigt haben? Also ich denke, im europäischen und im globalen Rahmen, was momentan ganz aktuell ist, sozusagen die Redefreiheit und die akademische Freiheit sicherzustellen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Zweitens. Können Sie das kurz erklären vor dem Hinterblick? Also nicht gerade im Hinblick vor den Angriffen auf die Demokratie, auf die Instrumentalisierung von Bildung. Ich glaube, dass wir also diese kritische Instanz, die wir auch als Bildungseinrichtung ausbilden, dass wir da eine ganz entscheidende Verantwortung haben. Und zweitens denke ich, dass wir uns sehr stark in die Nachhaltigkeitsförderung einbringen können. Und mir fehlen jetzt die deutschen Worte. Also Climate Mitigation und Climate Change. Klimaerwärmung. Genau, und einem nachhaltigen Umgang oder einem Rückbau. Anpassung an den Klimawandel, die wir ja erleben und von denen wir alle auf irgendeine Art und Weise betroffen sind, dass wir uns damit auseinandersetzen und Konzepte entwickeln müssen, wie wir im Prinzip einen nachhaltigen Rückbau unserer Ressourcen machen. Das heißt aber, und das fängt mit den Werten an, und das heißt, wir müssen die Wertevorstellung, die Normen und Verhaltensweisen verändern, um sozusagen Konzepte wie Recycling, Upcycling, Sharing und so weiter in die Realität umzusetzen. Ansonsten werden wir die Probleme, die wir haben und das, was wir den nachfolgenden Generationen zurücklassen, wir werden das nicht bewältigen können. Und ich glaube, dass das mit Bildung anfängt und mit Bildung aufhört. Also das wären die zwei großen Herausforderungen, würde ich sagen. Demokratie, Redefreiheit, kritische Bildung und Nachhaltigkeit. Dann viel Glück wünsche ich Ihnen und uns allen dafür. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, während Sie mit der Delegation von Irland hier bei uns in Flensburg sind, für das Gespräch. Kerstin May, Präsidentin der Universität Limerick. Vielen Dank, Frau Fischer. Vielen Dank. Vielen Dank.